einen wunderschönen guten morgen ihr lieben mich hier von meinem schminktisch ich bin schon geschminkt ne ich sitze sie gerade nur noch hab ein paar whatsapp nachrichten kurz gecheckt wurde ein bisschen was geschickt ja ich hab noch was drauf gesappelt und zusammen gerade am frühen morgen das ist jetzt kurz vor acht mein schnucki macht sie gerade fertig ich habe ihn gerade fertig gemacht und wollte ich noch mal ganz kurz bei der gelegenheit mal zeigen ich hatte ja mir bei tk max so eine palette geholt also eigentlich ganz geil aus aber ich weiß nicht ich mache kurz mal licht an also ich zeige mir ganz kurz das ist diese hier ich kannte sie gar nicht hat 6,99 gekostet gekostet natürlich also 6,99 war der preis so kennt ihr die an sich sieht echt hübsch aus und ich weiß nicht also ich muss mir gleich bei tageslicht draußen irgendwie drin ist noch nicht so richtig hell ich habe mich so geschminkt ich finde die farben sind wunderschön ehrlich gesagt ich hatte jetzt diese farbe benutzt auf das bewegliche augenlid habe ich auch das aufgetragen in die ecke so ein bisschen diese farbe die etwas dunkler ist also hier in die augen alles verblendet finde ich aber eigentlich ganz cool und danach in die mitte warte man nicht die die dann die hier in den winkel hier vom auge und diese glitzernde den glitzernd blitzschatten habe ich einfach hier so aufgetragen ist einfach mit dem finger darauf getupft hier so sieht es aus ihr sagt ihr was sagt ihr dazu ja ich habe jetzt wieder bock irgendwie so ein bisschen was auszuprobieren und die haben echt schöne farben und dann hatte ich mir was also ich habe bei douglas was gesehen hätte ich gedacht hätte ich sie bloß nicht gesehen auch eine lichtschattenpalette von anastasia chrissy kannte das anastasia büffel hilz hilz büffel hilz keine ahnung auf jeden fall diese palette hier ich fand die so geil leute diese hier mit der habe ich auch jetzt die letzten tage geschminkt und zwar habe ich auf das augen bewegliche augenlid einmal diese farbe aufgetragen danach in die hier in die ecke diese hier alles ordentlich verblendet also verblendet ist immer das a und o habe ich es gelernt jetzt weil wenn du die nicht verblendet dann entstehen ja irgendwelche ränder oder so aber so sieht es nicht aus und nachher diese hier in die mitte damit es halt ein bisschen glänzt das sah auch mega aus die farben sind auch wunderschön gerade so jetzt für den herbst oder so haltet euch fest bei douglas hat diese palette 64 euro gekostet 64 euro niemals online geguckt die eingegeben nach farbe geguckt das ist hier das ist das nicht weil ich nicht genau mir gemerkt habe welches überhaupt war ich war wusste nur halt diese farbe jetzt hier also und auch natürlich die schatten haben online habe ich sie gefunden bei sephora 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 wartet mal wartet mal für die hälfte ich meine habe immer noch 30 euro bezahlt aber keine 64 deswegen ich finde das so geil weil die farben finde ich unheimlich schön und ich habe zwar meine palette was man von catrice ja die ist auch schön sephora sephora aber ich finde ja auch wirklich wunderschön die farben sind auch mega und kann man genauso gut benutzen aber da sind halt eben ein paar andere farben dabei und das ist die neue die ich angefangen habe aber auch schon dass die wirklich wunderschöne farben so und aber ich brauchte irgendwie ein bisschen was neues ich habe das andere zum schminken und habe diese beiden also erstmal anastasia bestellt kam innerhalb von zwei tagen wirklich an die rucki zucki und die habe ich halt wie gesagt bei tk max mitgenommen kannte ich nicht und für 6,90 natürlich kann man nicht viel verkehrt machen fand ich wirklich wunderschön die farben einfach nahm und lässt sich gut verblenden manchmal ist es so dass wenn du irgendwie so günstige paletten hast dann also geht es mir mit welchen ich glaube man hätten komme ich nicht so gut zurecht also auf jeden fall es gibt solche und solche na so die sind richtig mega ja gute hübschen ich habe jetzt im hintergrund da meine daten übertragen ist durch ich muss heute zwei videos schneiden ich hatte jetzt aufgenommen für heute habe ich noch nichts geschnitten für morgen habe ich schon was und jetzt quasi fange ich einen neuen vlog an übrigens er ist zu hause geblieben er hatte gestern abend 38 5 ich habe ihm nichts gegeben habe vorgeschlagen er sagte nee nee er versucht es jetzt so damit halt der körper arbeitet das immunsystem und ich habe auch gesagt er braucht vitamine der junge der nimmt nichts also nichts gezwungenermaßen vitamin c also bzw wir haben zitronen und greffrutsaft wenn wir auspressen dass er dann auch was bekommt aber mit mühe und not du musst daneben stehen und sagen so du trinkst es jetzt jetzt so wie so ein kleines kind naja und generell wie gesagt halsschmerzen sind besser geworden weil er gurgelt und halsschmerztabletten nimmt aber fieber war halt gestern dazu gekommen jeden abend vorher auch schon erhöht aber morgens war alles weg und heute morgen war auch noch warm deswegen habe ich gedacht mehr 38 2 38 1 also da fühlt sich halt eben auch so mangelich halt nach wie man so gut erkältung sich fühlt und deswegen bleibt zu hause ja heute ist mittwoch übrigens mein stück und ich ging mal ganz schnell zum wochenmarkt weil ich nehme mich nachher recht früh zu ikea möchte ich brauche für unser schlafzimmer halt drei teppiche also einmal so einen runden zwei kleine und zwei gardinen stangen fürs wohnzimmer weil ich zeige gleich mal die gardinen stange also linke seite ist komplett ikea die anderen seien also beiden seiten nicht und wenn du die gardinen zusätzlich habe ich mal bei poko gekauft poko domena für acht euro sind gardinen stange und die wenn du die zusammen ziehst die sind halt nicht stabil so und die von ikea werden ganz anders angebracht und sind natürlich besser und mich nervt diese stange weil das alles durch hängt wisst ihr weil die gardinen schon zu schwer sind auf jeden fall gardinen stange ich habe mir quasi im kopf schon so eine liste gemacht ihr braucht noch mal zwei bambus deckel für meine vorratsdosen dann rund vielleicht ja nehme ich noch mal ein zwei handtücher mit so weil ich zwei glaube ich in einem handtuch ist ein loch dachte ich okay werde ich mal austauschen wir gucken einfach mal was es da so gibt dass ich denke ich fahre relativ früh dahin ich wollte schon zur eröffnung da sein um zehn da ist dann nehme ich nicht so viel los da kann ich schnell durch huschen und muss dann nicht großartig irgendwo an der kasse stehen und so weiter deswegen ja soweit der plan der hübschen also wir düsen jetzt aber ganz schnell zum wochenmarkt ich hoffe dass wir recht schnell nach hause kommen dass ich dann halt zu ikea kann ein bisschen kraut und rüben ich habe nur das laken erstmal neu bezogen würde ganz gerne das bett wechseln das wetter heute ist sehr schön das kann man nämlich auch gut draußen trocknen und hier ist natürlich alles zu lernen kein teppich mehr unter dem fuß nichts auf jeden fall wechseln wir ganz schnell das bett zurück bei uns ja das bett ist jetzt bezogen jetzt habe ich trotzdem noch mal bieber mitgenommen also genommen jetzt nur dafür ich habe es das überlegt so eine baumwoll bettwäsche noch mal raus zu machen aber irgendwie dachte ich nehmen die ist schön gemütlich vorbei das bei uns draußen für die nächsten tage irgendwie sagen sie 27 28 grad voraus mal gucken wie das so wird auf jeden fall mache ich ja mal ganz schnell das bett und wischen noch mal staub dann ist fertig ich habe gestern tatsächlich noch das rollo sauber gemacht abends und fenster geputzt dafür musste ich natürlich fliegengitter abmachen oder wieder rauf gemacht und ansonsten ist hier alles so weit fertig ich muss nur noch gleich wieder mein reinnimmungsmittel anmischen der muss auch noch raus geklopft werden das teppich na gut wäre es auch noch nicht abgenommen aber wir diesen jetzt einmal ganz schnell zum wochenmarkt und dann gucken wir mal frühstück das übliche das übliche das kennt ihr schon diese ganze morgenroutine jetzt hier eigentlich was zu machen die gleiche so wir sind wieder zurück jetzt haben wir zwei kameras hier im gang also für mich habe ich nichts gewinnt auf dem wochenmarkt da gab es nicht auch so viel zu filmen also mein schnucki hat glaube ich ein bisschen was gefilmt oder? ja fünf sekunden fünf sekunden kannst du ja keine aufnehmen da wir waren beim fischwagen und haben heute ganze 16 euro ausgegeben statt 60 wir haben fisch gekauft und zwar ja fischwagen stremellachs das ist weniger also größere war zehn euro ich schätze mal der vielleicht fünf sechs die schmeckt wirklich super da kann ich jedem nur von abraten von diesem ding ist als dass das bei euch auch geht danach wird man süchtig dann waren wir noch bei jünger und haben also erst ist gerne mit so ein brötchen mit remoulade hähnchen salat und habe ich zwei stück mitgenommen also ich habe gefragt soll ich was mitbringen und dann habe ich gesehen am presen hatten sie da so ein bagel mit mit avocados rucola glaube ich warte ich möchte da können wir was machen also guckt mal so sieht es aus mit getrockneten tomaten rucola im grunde kann man das alles selber machen wahrscheinlich ein bisschen frischkäse da irgendwie mit dabei oder so also das gibt es für mich dann heute mit manchmal möchte man sich ja auch ein bisschen verwöhnen lassen ja einfach hingehen und die große auswahl das nehme ich und dann gibt es noch so robbenbrötchen und gatterholbrötchen 3 und 3 also sind auch 8 meter und dunkle robben für mich äh ne da auf jeden fall diese das schmecken auch sehr sehr gut ja das war dann unser einkaufen jetzt gibt es jetzt gibt es frühstück jetzt da war mir nicht sicher ich stand bei junge vor dieser riesenauswahl an verschiedenen brötchen aber ich habe es schon mal gesehen ja ich wusste nicht dass das mit ich habe die hände gewaschen nicht das sich wundert also das ist mit allen remoulade und salat also aber schmeckt da sagst du ja dann gut ich freue uns aber ganz schnell alles weg dann frühstücken wir zügig und dann fahre ich auch schon das habe ich jetzt eingepackt das ist so praktisch mit diesen glasbehältern finde ich richtig gut ist gut die sind ja von ikea und ich bin ich muss ich unbedingt an zwei von solchen deckeln denken weil menschen gemobst hat er etwas damit gemacht und für es habe ich noch guck mal bei der apotheke was geholt dieser saft ist richtig mega also hilft ganz gut er hat ja husten weil zuerst fing es ja mit halsschmerzen an und jetzt kam der husten dazu ist ja wie immer ne und nasenspray gab es dann von ratiofarm haben wir muss ja gucken dass er halt das nicht so lange nimmt aber wenn die nase halt zu ist dann ist die zunahmen guter bitte lieben ich habe jetzt mein joghurt angemischt mit banane apfel rote johannisbeeren walnüsse und apropos walnuss und pflaumen weil das finde ich nach wie vor immer noch guck mal wie langweilig er mein video findet die von seeberger da ist noch einer hinter mir und gerade an da rufst du mich gerade an ja also erst muss ein buch lesen weil die eine präsentation irgendwann mal haben die ende september ist also ich finde walnüsse wir hatten ja walnüsse geholt bio walnüsse und solche grünen von re von rossmann da kann man nicht mal in ruhe gehen ich weiß wie spät das ist ich schlafe noch ich finde nach wie vor dass die von seeberger am besten schmeckt man so was von seeberger schmecken die am besten oder findest du nicht ich dachte jetzt fangen wir beide an gleichzeitig zu reden das ist ja doch mal richtig cool ja das ist doch mal los also ich habe schon bei ebay geguckt ob ich irgendwelche walnüsse privat kaufen kann aber leider nicht naja also ihr lieben ihr frühstück jetzt adern ist schon fertig bis ich jetzt irgendwie mich fertig gemacht habe das ganze ist schon fertig ich finde ja manchmal schmecken die so ein bisschen muschelig was du bei seeberger überhaupt nicht hast die schmecken süß die schmecken frisch schinkt hier gefühlt ja nicht ich wollte die nutzen testen halt die gut schmecken fertig ja oder du musst die anderen nehmen und dann darüber hinweg schauen der preis ist natürlich immer dann so und ich hatte bei ebay wieder geguckt es gibt ja noch eine möglichkeit pflück sie der selber ja ich hatte bei ebay geguckt ich habe letztes jahr fünf kilo selber gekauft privat bei jemanden fünf euro pro kilo oder so oder irgendwie so auf jeden fall wirklich billig gewesen die schale ja schon aber die waren wirklich mega also mit denen gar nicht mehr zu vergleichen also na gut also ich frühstücke erst mal ich sag die nuss die außen rum ist anstatt zu sagen schale gibt ja da ein fachbegriff dafür ja also guten appetit ihr hübschen es ist mittlerweile halb zwölf halb zwölf eigentlich wollte ich kurz vor zehn losfahren aber es hat nicht funktioniert immer wenn wir zusammen zusammen irgendwie irgendwo hingehen zum glück haben wir heute kein getroffen wir waren innerhalb von einer stunde wieder zurück und sind auch im schnell tempo gegangen also wirklich recht zügig auf dem wochenmarkt gewesen ansonsten trifft man hier mal jemanden da noch mal jemanden schnackst du hier schnackst du da dann dauert das ganze zwei stunden und dann kommst nach hause und denkst scheiße mir fehlt jetzt die zeit auch wenn es immer nett ist wenn man sich irgendwie unterhält gar keine frage aber trotzdem nimmt einem halt die zeit so ich fahre jetzt los ich habe noch mal die wäsche aufgehängt ich habe das habe ich noch gemacht nur die wäsche aufgehängt ein bisschen aufgeräumt die küche so ansonsten würde ich sagen ich habe sogar eine einkaufsliste geschrieben wir düsen sie aber schnell dahin ich gehe kurz durch die regale quasi nehme was ich brauche ich hoffe dass sie noch was haben ich wollte auch gerne solche stoffrullos austauschen bei uns einmal küche einmal bad ich habe da flecken wenn man die aufklappt die gehen nicht raus ich weiß nicht was es ist das irgendwie ein fliegenschiss war oder so auf jeden fall geht es nicht raus und man sieht das ich habe das schon irgendwie anders versucht umzuklappen aber es funktioniert auch nicht immer deswegen habe ich gedacht weißt du was ich tausche jetzt nach drei jahren aus weil sie halt wie gesagt nicht rausgehen die flecken und das nervt mich weil ich das immer wieder sehe nervt mich einfach ja das andere habe ich auch aufgeschrieben die maße der gardinenstangen und so weiter ich würde sagen wir düsen jetzt mal los kein akku mitgenommen sie ist noch vergessen dann muss ich wohl mit dem handy gleich weiter filmen na gut also wir gehen jetzt einmal ganz schnell rein coole lampen haben wir da oben lustig ja also es geht weiter ich hoffe dass der akku jetzt relativ lange reicht gar nicht mehr so schlechtes bett noch buntes zimmer weinrot und dunkelblau sieht interessant aus für meine mutter habe ich versprochen solche dinge hier mitzunehmen für ihre schränke sie haben solche regaleinsätze einfach mal wisst ihr so ganz kleine kann man auch sonst irgendwie ist egal mit einbeziehen und ein bisschen was übereinander stellen das geht auch gut aber ich habe die nicht aufgeschrieben habe ich fast vergessen heute einmal diese folie für meine mutter und drei deckel als auch für meinen t minztee einmal so eine dose mit bambus deckel noch sechs teile ich mal mit pfanne und cool koste 60 euro ja dann gibt es noch mehr ich habe überlegt für meine mutter mitzunehmen aber ich frage sie vorher kupfer guck mal beziehungsweise ja außen oder wie ich habe die rollos auch gefunden die stoff rollos dann diese stangen halterung und so weiter und ich habe jetzt diese hier 80 cm 1,60 weil die sind zu klein 60er und hier ein meter ist zu groß wiederum ich brauche ja diese länge jetzt hier sonst höhere die waren für immer günstiger es gibt die aber auch guck mal so gestreift weiß nicht ob ich das gut finde ne eigentlich nicht so also geht nicht raus aus dem ikea bereich bin es hier im essensbereich habe gerade eine ehemalige nachbarin getroffen noch lange geschnackt und hier hat er dann gesagt ob ich mir was mitbringen kann irgendwie was zum essen aber ich wüsste jetzt nicht was hier ist alles mit hohen drahten sieht aber alles toll aus ne sie sehen auch hier krass aus ne rockenknäcke hier gibt es zum beispiel schrimps und so weiter ja also irgendwie nicht so und schon bin ich zu hause mein stück ich hatte tierischen hunger ich muss jetzt etwas zu essen machen auf jeden fall einkauf habe ich jetzt hingelegt aber ich habe euch eigentlich fast fast alles gezeigt ne ich habe so eine box hier mitgenommen eine fehlte uns für unters bett teppich habt ihr gesehen dann habe ich so eine schüssel nachgeholt weil nämlich eine von mir kaputt gegangen ist jetzt hatten wir nur noch eine aber eine ist immer so ein bisschen blöd ähm dann haben wir hier ähm habe ich silikon so backform mitgenommen und zwar hatte ich vor hier was leckeres draus zu machen mit nissen und äh super mega dunklen schokolade soweit der plan sind zwei stück kostet glaube ich was bei fünf euro deckel teller ersatz sie behalten die halterung für ihr wisst schon wo ist denn das andere teil ich hatte noch so auch da für die gardinenstangen hier sind die endstücke für gardinenstangen teppich bremser oder wie auch immer wie die heißen stopper das sind diese rolle los glas teppiche aber rund einmal hat so einer also jetzt mache ich ja mal ganz schnell was zu essen für mich das essen ist einfach ich habe heute morgen mir ja beim bäcker was geholt super lecker freut mich schon drauf mache mir mal Tee dazu und schon mal schon gibt es so eine asia-pande mehr oder weniger ich habe hier jetzt blumenkohl grüne paprika karotten pilze sojasauce und nudeln dazu gegeben seine cognac nudeln und ich bin gespannt wie das essen gleich schmeckt riecht aber total gut also bei ikea noch mal um auf ikea zurückzukommen ich hatte ja meine nachbarn getroffen in der dekoabteilung eigentlich nur und lange lange geschnackt war total nett ich glaube über eine halbe stunde und dann bin ich einfach nur raus ich hatte sowieso meine einkaufsliste abgearbeitet sozusagen und brauchte auch sowieso gar nichts mehr und ich muss aber ehrlich sagen irgendwie habe ich das gefühl so ich habe da nicht viel verpasst bei ikea ich habe da nichts unbedingt irgendwie was neues gesehen wo ich sagen würde wow das will ich jetzt haben oder so eigentlich gar nicht also in der korb abteilung habe ich euch so einen korb gezeigt mit so einem küschelweinrot obendrauf fand ich nicht so geil irgendwie also war nichts berauschendes da deswegen ja nach dem essen werde ich gleich mal die teppiche auspacken und dann das schlafzimmer so ein bisschen vorne anbringen ich muss da unter dem bett alles rausholen saugen wischen gleich muss ich mal gucken draußen ist unheimlich warm bei uns wirklich also heiß waren vorhin schon 26 grad ungefähr glaube ich jetzt noch mehr also in der sonne ist noch viel heißer und ja also auf jeden fall essen wir jetzt und ich bin gespannt was adrian gleich dazu sagt die fand es wirklich also richtig wirklich super lecker soja so sieht die aus und ich habe dann noch zwei stunden gebraucht aber ohne meine nachbarin wäre ich schon um eins oder so ich war ich war vorher schon fertig eigentlich sagen ob du das magst oder nicht das sieht alles sehr gut aus du hast ja noch reingeschränken von gestern mhm mit ein paar bürstchen und karöttchen und Paprika ne doch Paprika grün ja ich bin gespannt wie das hier schmeckt wer nimmt denn von den nudeln sorry wer will was von den nudeln haben das geht irgendwie so schwer mit den dingen super lecker ich esse auch ein bisschen das ist überhaupt nicht gesund hier quatsch natürlich das macht nichts man kann essen was man möchte da ist rucola man muss das essen was schmeckt avocados und schmeckt wirklich sehr sehr gut so die hängen da also wenn man hier guckt macht ihr jetzt schon so eine biegung so wenn die gardinen zugezogen sind dann natürlich noch mehr die schwere und schmeckt ganz ehrlich pizza wäre mir lieber ja glaube ich aber es geht nicht nur go pizza ist nicht mit der weizenwampe verträglich dass die muss weg also gibt es keine weizenprodukte mehr also guten appetit ich habe gerade die teppiche aufgerollt oder ausgerollte liegen da jetzt damit die mal gerade werden und dann dachte ich auch kann ich mal diese dinge hier anbringen ich brauche einen meter teiler die sind da über 90 zentimeter ich weiß gar nicht was ich mir aufgeschrieben habe das ist hier viel zu kurz ich zeige euch hier mal ganz kurz wie das aussieht wartet meter brauche ich 180 so was bescheuert ist ehrlich gesagt nur gut das heißt ich werde wahrscheinlich demnächst wieder dahinten fahren wahrscheinlich dann morgen gucke ich mal und die tauschen was bescheuert ist irgendwie eben auf die schnelle noch mal mein video geschnitten warte ich muss noch mal kurz kurz den stecker ziehen 35 minuten das video war über 40 minuten das video war wirklich über 40 minuten ich habe gedacht das kann nicht sein 35 minuten geworden ich habe ordentlich was geschnitten und richtig krass jetzt läuft der mixture natürlich jetzt länger und ich habe mir gedacht ich werde jetzt einmal mein reinigungsmittel noch mal kurz anrühren wasser habe ich schon mal dann brauche ich nur noch einmal zitronen säure essig ätherisches öl spüle habe ich sowieso vorne mache ich mache ich habe das schon mal öfters mal mit euch gemacht und zwar brauche ich mal ganz kurz so ein also ich habe hier warmes wasser drin also hier und dann gibt es noch mal zitronen säure und die kaufe ich meistens eigentlich immer bei dm und davon nehme ich so pi mal daumen also was mögen dass du sein vielleicht zwei esslöffel oder so kommen darauf dann oder rein dann esse ich erst sehe ich müsste gucken wie viel im grunde ist es eine super sache weil ihr nämlich die ganzen armaturen und so glänzend danach nach ist richtig schön nur der geruch ist nicht so geil vom essig also finde ich jetzt so und jetzt mache ich einmal so ungefähr ein bis zwei teelöffel spüle sowas ist jetzt ich mache es jetzt mittlerweile pi mal daumen also und wie gesagt ich habe schon mal erzählt das scheint natürlich nicht nach man kann das jetzt nicht mit dem normalen reinigungsmittel vergleichen was es sich da mit frosch oder meister popper was richtig schäumt ungefähr so 25 bis 30 tropfen von ich habe heute bock gehabt auf teebaumöl normalerweise könnt ihr tierisches öl nehmen also teebaumöl ist ja auch desinfizieren das hatte ich schon mal ich hatte schon mal minze ich hatte schon mal lavendel mandarinen oder sowas könnt ihr alles mit reinmischen was ihr mögt also je nachdem wie ihr das riechen mögt und jetzt wird es gleich nur so ein bisschen quasi gemischt und dann kann man damit putzen so fertig geht es total billig finde ich ist wirklich sehr sehr günstig und stinkt nicht ich hatte zwischendurch mal ist das probiert habe ich hatte den badreiniger von frosch dass ich probiere mal mit dem wie der so ist und im grunde habe ich den verbrauchten habe gedacht bei mir lief warum auch immer hinterher immer die nase dann habe ich dann nicht geputzt dass ich so ich gucke jetzt mal ob da irgendwas passiert nichts dann habe ich wieder damit geputzt ich weiß nicht was da dran ist auf irgendwas habe ich da komischerweise mit einer laut nase reagiert und das war halt nicht so geil deswegen habe ich mir jetzt das weiterhin selber auch wenn es nicht schäumt beim putzen dann ist es halt so dann muss man ein bisschen mehr von dem spüli rein tun also rein kippen aber ansonsten fertig es ist mittlerweile halb sechs ich habe gerade ran gemacht wollte schon seit tagen ich weiß nicht ob das kennt abzugshaube die ist so schmierig gewesen so staubig deswegen habe ich gesagt so jetzt gehe ich da hoch und mache sie sauber mit scheuermilch ganz normal ich habe einen durchgang habe ich schon durch ich glaube nicht wie eklig das war guckt guckt das war so schmierig ich habe gedacht ich komme mit dem lappen hier gar nicht durch na aber hat gut funktioniert und jetzt habe ich hier quasi die zweite ladung schäumilch und bei der gelegenheit habe ich auch die regale oben einmal da habe ich schon abgewischt für nur zähler austauschen wisst ihr und da muss ich nur zähler austauschen weiß nicht wie schützt ihr eure oberflächen so jetzt oben ich kenne das entweder zeitungspapier oder halt zähler so dass die regale oben die schränke oben sauber bleiben ansonsten das ist richtig schmierkram kriegt man gar nicht weg ich kenne das für meine oma noch damals die hat das auch immer gemacht die hat es ausgelegt und schmierfilm richtig schmierfilm normalerweise darf man hier oben gar nicht stehen haben werde ich es auch nicht mehr machen ich habe sonst normalerweise hier diesen korb da ist eine waage sind alte waage drin und haben wir das schild das wunderschöne schild aber ich weiß nicht wohin damit wisst ihr deswegen habe ich das erst mal hier hin gelegt aber guck mal das bringt was nach sie war bringt auf jeden fall was das wäre das hier ein schmierfilm und so ist das alles schön sauber das kann ich gleich mit dem glasreiniger durchgehen und dann ist es durch das ganze gekocht hier dann habe ich noch mal deko übrigens aussortiert wenn ich meine nachbarin fragen ob die was davon gebrauchen kann so ein paar vasen und so ich krieg schon wieder ein horn hier deswegen habe ich gedacht so und dann noch zwei bohokissen ob sie die haben möchte ich weiß nicht was sie für stil haben zu hause so jetzt hole ich mein glasreiniger also erstmal was sich das hier nochmal durch ordentlich mal alles ab und dann glasreiniger wird poliert ich hoffe dass ich das einigermaßen hinbekommen dass es wieder glänzt so die küche ist sauber jetzt mache ich gerade ganz kurz ein salat für mein schnucki poki also für mich noch nicht mache ich dann gleich muss nämlich die blumen gießen und alle kann das ist ja ganz toll dass du das so sagst jetzt denken alle die dann wieder gucken ich bin voll so faul ich bin nichts liegt die ganze zeit nur auf der couch wenn du ins haus rum fliegt das stimmt nicht aber ich mache gerne für das abendbrot du musst für mich gar nichts machen aber ich möchte das einfach ich sag das noch mal du musst für mich gar nichts machen siehst du aber ich möchte ich freue mich jedes mal über so einen schönen salat aus dem eigenen garten also bis auf also nur salat und wer hat das alles abgewaschen und wer hat das alles gepflückt adrian schon gestern ganz ganz lange weil ich mag das nicht so gerne hat alles blatt für blatt habe ich mal gefilmt nach beweis video beweis video fisch ne frikadelle oder dings so gerne also was was jetzt die frikadelle oder diese macrete ne die fischfrikadelle die paste perfekt hier in so ein glas rein die leckerste fischfrikadelle der welt auch wenn ihr nicht so aussieht total genial und damit ist so ein bisschen ungesunde mario wir haben zuschauer geschrieben adrian mayo ist nicht gesund weiß ich weil du musst aufpassen was du isst ne das tue ich gar nicht dann dürfte ich auch gar kein salz mehr essen weil der körper braucht salz und mayo also mayo was ist eigentlich an der mayo nicht gesund diese komischen säuren ungesättigten oder gesättigten das ist alles da ist essig drinnen da ist gut dass ich mayo sowieso eigentlich gar nicht mag aber guck mal reicht doch so oder noch mehr oder willst du noch mal so einen so ja so drei mal noch drei nein das waren ja mindestens acht eben nein so fischfrikadelle nicht darauf dass wir da in dem anderen drin na genau fertig dann geht ihr ja so bitteschön und ich gehe jetzt einmal kurz nach draußen und genau knopf finger geht schon zum knopf aus und gieß mal die blümchen das war heute wirklich sehr sehr heiß adrian hatte heute was in der sauna gelegen ja und ich hatte keinen bock in die hitze weggeschmolzen ja genau bin ich wieder meine hübschen die kinder sind schon wieder los zu bauhaus leo ist bei uns es ist warm warm wirklich heute sehr warm ich sehe gerade christi hat ein bisschen herbstlich dekoriert total schön schlicht richtig süß voll niedlich so leo will ein leckerli ne ich habe bei uns auf der terrasse übrigens ich habe bei uns auf der terrasse was gemacht ihr merkt schon ich bekomme irgendwie so ein rappel jetzt gerade weil mich das irgendwie alles so nervt weil irgendwie alles so viel irgendwo rumsteht die bananenpalme die ist so toll aber die wird so groß und ich weiß nicht wohin mit der ich kann sie jetzt nicht in die sonne stellen das ist mir klar ich weiß es echt nicht ich glaube da wo sie gerade steht ist es nicht so optimal weil wir halt immer daran schleifen wenn wir lang gehen weil die lecker sind riesig bitteschön gibt es gerade für ruhende spannung die stinken aber leo und jedenfalls habe ich gerade auf der terrasse alle blumen gegossen wieder die ganzen beete gegossen weil das alles trocken ist und gerade die schmetterlings flieder die brauchen unheimlich viel wasser fertig kannst du haben deswegen habe ich gerade so die beete werde ich jetzt in auge gießen habe ich gemacht gewächshaus ist gegossen abbrot habe ich noch nicht gemacht für mich also man schon hat schon gegessen möchte gerne so gegen 18 uhr mal essen dann bei mir ich schaffe es nicht immer weil ich halt draußen noch blumen gießen so weiter und ich möchte aber am rot essen wenn ich fertig bin wenn ich draußen alles erledigt habe wenn ich mich geduscht habe oder abgeduscht bin und dann in ruhe auf die couch mit meinem abendbrot darf natürlich nicht zu spät sein aber jetzt geht es noch ich glaube ich jetzt wie spät haben wir das denn jetzt ist hier eine uhr 20 vor sieben also um sieben kann ich dann essen na gut ihr hübschen ich gehe jetzt einmal runter der kleine frechdachs du kommst bestimmt mit jetzt ne ich zeige euch ja mal was ich da gemacht habe also nichts großartiges aber wieder mal umgeräumt die palme steht nun da und ich habe gedacht vielleicht kann man den wir so drehen dass sie halt weil die blätter die kummer die blätter die wachsen die hängen nachher ist ja nicht so dass sie alle abstehen aber irgendwann mal hängen die das ist hier so drehe dass ich dann doch noch da so stehen lassen kann hier ist das wenn es jetzt leer ist auch gut so stuhl habe ich jetzt noch dargestellt hier kann man sich auch schön gemütlich hinsetzen und dieses ding nach da dass die palette kommt weg einmal in die hütte das polster eigentlich nicht in die hütte weil das aufgefressen wird dann stelle ich es eher bei uns in den heizungsraum dann kann das trocken morgen will ich es aber sauber machen damit es ordentlich ist und dann kommt das hier schon mal weg wisst ihr also und genau so weit so gut und und ne ja diese post habe ich hierhin gestellt blümchen sind alle gegossen soweit tomaten könnte ich mal abpflücken gehen gleich wir haben wieder nachschub und wir haben sogar noch nachschubgurken ich hoffe ich nerve euch mit dem gewächshaus nicht mehr aber ich finde das so schön ich finde das wirklich so schön dass wir hier auch nicht gesehen die kurke noch eine und noch eine leute guck mal da eins zwei drei da oben vier fünf wie geil ist das aber danach ist schloss danach sind nur noch so paar kleine da und dann war es das da kommt noch ein bisschen was aber die tomaten kann ich abpflücken und dann gleich zum armbot essen und einige sind ja schon da das mache ich dann gleich und mein schnucki hat übrigens habe ich gezeigt salatkopf abgepflückt und die wachsen nach also in der mitte ist wieder was er hat quasi drumrum abgemacht und komplex wieder wahrscheinlich weil das abgemacht hat oder auf jeden fall ist viel zu wenig platz dafür ihn also für euch als kenner schon gewählt ihr alle hände schlagen aber wie gesagt wir lernen ja dazu die paprika ist immer noch grün noch viel wie viel paprika jetzt haben da hängt was und da hängt was und da hängt was drei übereinander was ist das bitte da ist noch was heftig hier sind ganz kleine mini paprika ja das ist geil also ist cool das haben heute noch gar nichts gemacht ich habe nichts geschafft na ich habe erstmal das hier angelegt gestellt ich will nämlich bevor ich die teppiche und so verteilen möchte ich ganz gerne hier alles aus dem bett raus holen da dieser saugen wischen habe ich schon erzählt und ich habe bett zeug und alles gewaschen da liegt alles nach man muss alles noch verteilt werden das ganze jahr das mache ich einmal ganz zügig und ich hatte auch das rollo vorhin runter genommen weil es nämlich alles sonst viel zu heißes nah und so schaut mein abendbrot aus ich habe ein Roggenbrötchen mit frischkäse salat käse gurken und eine feige und mein tee guten appetit ja war das gut leo alles gut was liegst du da so und schon ist hier feierabend ihr lieben die kinder sind gerade nach hause gekommen die parken gerade das auto ich hatte max gebeten mir sind adapter für den gartenschlauch zu holen von bauhaus weil sie bei bauhaus waren und genau und dann ist gerade auch chrissis nudelmaschine angekommen ich musste so ein code eingeben von bei amazon ist voll krass max meinte mischt da quasi den teig die mischt den teig und dann spuckt sie einfach fertige nudeln raus keine ahnung wie das geht werden die bestimmt mal irgendwie zeigen ich kann so eine maschine irgendwie gar nicht so richtig dass das der mix aber die sagten allein nur für nudeln halt krass muss mal gucken nachher was es für eine ist guck mal leo sitzt da und guckt na gut ihr hübschen also bei uns ist jetzt hier feierabend wie gesagt ich hoffe dass euch das video hier gefallen hat ja jetzt hat er die gehört ja passt auf euch auf und dann sehen wir uns beim nächsten blog bis dann ciao tschüss musik 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 musik